hallo und herzlich herzlich willkommen hier zum halbaufolge bei kerner und klops ja heuballen mittlerweile habe ich halb vier zustanden mit drei und vier kann ich die gabel bewegen mit drei hoch und runter mit der vier die gabel an sich kurz drücken geht runter ganz schnell und hoch und gedrückt halten das heißt die mutter entsprechen langsam unter bewegen so wie jetzt gedrückt halten und wenn wir sind so weit oben da nehme nur was ich nicht umgekehrt noch nicht hinkriege also dass er jetzt runter kann langsam ist klar ich probiere mal mit automatisch aufladen mit sieben wir fahren jetzt mal zum anhänger da liegen ja aktuell zwei drauf könnte noch mal wieder nur zwei seien eine unter feld aber noch vier ballen sammeln aber erst noch ja ist üben noch ein bisschen haarig in anführungszeichen von der teilung her aber gut die mission fertig haben wollen oder die szenario müssen wir hier geduld beweisen wir müssen noch mehr da hinten wir müssen den platz ausnutzen das waren jetzt wieder zwei jetzt und zwei so gerade langsam runter können wir sind da hinten fahren der vorteil ist jetzt die gabel ist jetzt eigentlich optimal bremse runter die einfrieren hier gemeint ist naja noch nicht das ist ein bisschen schwierig also jetzt geht nämlich ganz schnell hoch und das ist ungünstig ne also das ist immer sehr 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 blöd in Anführungszeichen also das geht einfacher Anführungszeichen das ist so viel ballen und auf die wahl ne ja und allen ein schön schön freitag muss hier die folgenden anders noch einfache her hoffe ich habe die woche gut geschafft so wie ich bei mich war dienstag bin auch noch bei und übe hier ne habe ich gesagt ich mache jetzt die szenario fertig auch wenn es schwer ist und dann beginne ich die karriere mit einem extra let's play so mein plan heute so gehen wir ganz runter langsam so ich traue relativ viel drücken so nein nein so und den richtigen sagt hier du so ich muss mal hier ein bisschen nehmen den Winkel ändern dass ich hier bequem herausfahren kann ne Anführungszeichen äh 3 ja ich muss nach links sonst kriegen wir nicht genug drauf oder wir fahren drüben hin denn hier kommen wir gar nicht gut ran wenn ich wüsste ich die ballen festmachen könnte also spanngurt keine gesehen gut dass keine rundballen sind so so runter bin im scheiß rückwärts fahren junge rückwärts rückwärts Nummer 2 aber da soll ja viel sammeln das war ja das war ja das war ja die Nudeln ich werde aber jetzt alles fertig machen äh äh notfalls äh Anführungszeichen offline wird er abschließend dann also ich möchte keine Ewigkeit in so eine Folge bringen ne wird dir auch langweilig denke ich mal das ist umgekehrt kriegt nicht hin mal 7 dass er dann entsprechend äh da oben fährt wie ein blöder und dann im Ballen verliert ne sammeln dann mindestens vier Ballen auf dem Grasfeld so und das ist ein ab ich muss ein hoch fahren lassen dann kann ich wieder also runter anders geht's nicht bis jetzt jedenfalls so jetzt können wir zurückfahren wir müssen ein bisschen nach rechts steuern ja ist nicht perfekt aber ist drauf so ach was gebe ich hier vom Dammelwagen zumindest die einfachen die Severita Giants aber ist ja eigentlich so richtig oder Anführungszeichen Kleider nehmen hatten wir mal sowas nicht ne so 7 7 7 7 geht nicht einfrieren 3 4 8 8 8 8 9 10 20 9 10 10 10 11 13 15 20 20 12 wobei der nachbarn rumpelt um wieder runter das wäre ja nie was geworben und ich nur unter ob ich damit mit den jahren erfahren kann, das ist unsicher, das glaube ich eher nicht, wie gesagt das ist eh schwarz jo, guck dir die Arbeit an so 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 Junge so 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 spannend war es ja aber irgendwie ist das irgendwie trautlos die Kontrolle über den Ball und wagen ist immer die rutschen einfach wieder runter, das ist ja irgendwie blöd, der Wagen sagt ein ich warte mal nächsten Patch-Up in einer Woche, wird es vielleicht besser gehen ja sag mal tschüss, tschau tschau, schönen Freitag, ja ich wünsche morgen einen schönen Samstag, schönen Sonntag also wir morgen, ja dann geht es nächste Woche weiter, ich hoffe dass ich das noch geschafft habe bis dahin auf stream also nicht hier eine Folge, sondern einfach offline und dann schau, dass wir dann den nächsten weg fahren können oder dergleich, ne also sagt der Elb fahren ist ja auch sinnlos, die wird runterfallen, ne ich sag mal tschüss, tschau, schon Dank für einen Reinschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss tschüss